Die Puritaner Buchreihe Dieser Auszug stammt aus dem Buch Die Herrlichkeit Christi von John O und wurde überschrieben mit Die Leiden Jesu Christi Weiter erkennen wir Christi Herrlichkeit auch in seinen Leiden. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? fragte der auferstandene Herr. Doch wo sollen wir anfangen, über die Leiden Christi nachzudenken? Wir können Jesus unter dem Gewicht des göttlichen Zornes entdecken, unter dem Fluch des Gesetzes und wie er bis zum Letzten alles auf sich und seine Seele nahm, was Gott je der Sünde und den Sündern angedroht hatte. Wir können ihn in seiner Todesnot Blutschwitzen sehen, können sein Flehen und Bitten hören, als er bis zum Tode betrübt und sehr bestürzt und geängstigt war, angesichts der schrecklichen Prüfung, die über ihn hereinbrach. Wir können ihn sehen, wie er mit allen Mächten der Finsternis rang, mit der Wut und dem Wahnsinn der Menschen. Und dabei litt er mit Leib und Seele. Es litt sein Name, seine Ruf, sein Leben und was immer zu ihm gehörte. Zum Teil waren ihm diese Leiden unmittelbar von Gott auferlegt. Andere kamen vom Teufel und bösen Menschen, die nach Gottes Ratschluss handelten. Wir können sehen, wie er betete, weinte, aufschrie, blutete, starb und so seine Seele zum Sündopfer machte. Herr Gott, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Wer hat deinen Sinn erkannt? Oder wer ist dein Berater gewesen? Oh, die Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind deine Gerichte und unergründlich seine Wege. Was sollen wir zu alledem sagen? Was sollen wir dazu sagen, dass Gott um armer, verlorener Sünderwillen seinen Sohn nicht verschonte, sondern ihn dem Tod gab und ihn allen damit verbundenen Leiden auslieferte? Was sollen wir dazu sagen, dass sich der ewige Sohn Gottes allem unterwarf, was wir aufgrund unserer sündigen Natur und um unserer Sündenwillen verdient haben, um uns zu erretten? Wie herrlich ist der Herr Jesus Christus in den Augen der Gläubigen! Als Adam sündigte, stand er beschämt, furchtsam und zitternd vor Gott in der Erwartung, dass er unter Gottes strengem Richterspruch für immer verloren ginge. Er verdiente den Tod und rechnete durchaus damit, dass der Urteilsspruch unvorzüglich vollstreckt würde. Doch hier kommt nun der Herr Christus in Form der Verheißung zu ihm und sagt, Du armes Geschöpf! Wie furchtbar ist deine Lage! Wie verunstaltet bist du jetzt! Was ist aus der Schönheit, was ist aus der Herrlichkeit des Bildes Gottes geworden, in dem du erschaffen wurdest? Sieh, wie du jetzt die grässliche Gestalt und das Bild Satans angenommen hast! Dabei ist dein gegenwärtiges Leid, die Rückkehr deines Leibes zu Staub und Finsternis, nicht vergleichbar mit dem, was folgen wird. Ewige Verzweiflung liegt vor dir! Doch nun schau auf zu mir, und dir wird ein Licht aufgehen, voll unendlicher Weisheit, Liebe und Gnade für dich. Darum verstecke dich nicht länger vor mir, ich will an deine Stelle treten. Ich will deine Schuld tragen und die Strafe erleiden, die dich für ewig in die grauenhaften Tiefe der Hölle stößen würde. Ich will bezahlen für das, was ich niemals genommen habe. Ich will für dich zum Fluch gemacht werden, auf das du ewig selig werdest. Die gleichen Worte spricht der Herr Christus zu allen, die von ihrer Sünde überführt sind, und lädt sie ein, zu ihm zu kommen. So wird uns der Herr Jesus Christus im Evangelium als der Gekreuzigte vor Augen gemalt. So leuchtet uns die Herrlichkeit seiner Leiden auf. Lasst uns ihn darum betrachten als den, der arm, verachtet, verfolgt, verrufen, geschmäht und gekreuzigt den Zorn Gottes erduldete, den wir eigentlich verdient hätten. Das alles wird uns im Evangelium berichtet, damit wir es lesen, predigen und fleißig darüber nachdenken. Doch was wird uns von seinen Leiden im Evangelium berichtet? Und inwiefern sind sie herrlich? Sind es nicht gerade die Geschehnisse, über die sowohl Juden als auch Griechen stolperten und an denen sie Anstoß nahmen? Galt es nicht als Torheit, sein eigenes Heil an den Leiden und Schmerzen eines anderen festzumachen, von dessen Tod das Leben zu erhoffen? Paulus bestätigt es uns. Die Weisheit dieser Welt verachtete Christi Leiden. Den Gläubigen jedoch ist er gerade um seiner Leidenwillen herrlich und kostbar. Gerade um dieser Leidenwillen ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nur weil der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, vermögen sie die Bedeutung des Kreuzes Christi nicht zu erfassen. Diese Leiden sind es jedoch, in denen wir die Herrlichkeit des Werkes erkennen, das Christus als unser Mittler vollbracht hat.